Ja, Wuppertal lebe ich für seine Vielfalt, für seine kulturelle Vielfalt, für die vielen Menschen, die in dieser Stadt leben, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die hier vereint sind in dieser Stadt, für die Jugendarbeit, die so vielseitig ist durch die ganzen CVM-Vereine und die ganzen Veranstaltungen, die in dieser Stadt kulturell und für die Jugendarbeit gemacht werden.